So, den restlichen Sand liefern wir einfach mal ihm ab. Cobblestone, den so ein bisschen mit in der Tasche zu haben, ist glaube ich halb so schlimm. Da ist noch Kohle drin. Aber wir bräuchten echt mal neue. Ich sehe es gerade. Hm. Wo haben wir denn hier was vor der Tür, wo wir einfach mal hinjumpen könnten? So. Dann hier nochmal ein bisschen was rein. Hier auch. Na, da geht noch. Hier muss rein, damit der Ofen überhaupt erstmal läuft. So, und da nochmal 13 draus. Und da nochmal 13 draus. So, was haben wir hier oben? Da ist voll. Das auch. Auch. Dann auch. So, dann schmeißen wir aber auch trotzdem nahe nochmal ein bisschen was rein. In die ersten vier Öfen. Und daraus mache ich mir gleich noch. Fackeln brauche ich eigentlich auch nicht, sehe ich gerade. Na gut. Dann teilen wir das auch nochmal auf. So, und nein. Ja, hier. So. Aber Fackeln habe ich in der Tasche. Jetzt müsste ich eigentlich dann als nächstes nochmal in die Höhle gehen. Bis das Glas da fertig ist, vergeht ja eh ein bisschen Zeit. Das heißt, meine Rüstung ist vollkommen kaputt. Jo, dann bräuchte ich eine neue. Zumindest ein Stück weit. So. Machen wir uns mal einen Helm. Hello. So einen Helm. Und ein paar Schuhe. Und dann soll das auch reichen. Ja, Helme und Schuhe reichen dann erstmal. So. Und, ach Quatsch, aber wir brauchen ja nur eine Spitzhacke. Oder fünf. So, ich mache mal hier draus welche. Vier Stück ist, glaube ich, okay. Und irgendwann sind die halt dann auch kaputt. Aber das soll uns dann nicht weiter stören. So, ich habe ein Schwert bei. Ein Schwert wird bestimmt reichen. Ich bin mir sicher. Wir haben keine Schaufel mehr bei. Brauchen wir Schaufeln? Ich brauche vermutlich auch eine Schaufel. Die mache ich dann aber aus Holz. Äh, nee, aus Stein. Machen wir die aus Stein. So. Weil die werden wir wahrscheinlich nicht so oft gebrauchen. Ich lasse das Holz. Können wir ruhig mitnehmen. Weil ich habe ja eh ewig viel Holz. Ich brauche mir zu essen. Weil ich ja dann ab jetzt gleich auch die Monsterinnen wieder einschalte. So, ich nehme einfach 14 Steaks mit. Das sollte gut gehen. Hier unten sind ja noch welche drin. Ja, Brot habe ich auch ewig viel. Kann ich vielleicht dann auch nochmal acht Stück mitnehmen. So als Vorrat. Aber sonst noch irgendwas. Wollen wir uns jetzt mal auf den Weg machen. Ich wäre jetzt dafür da vorne einfach mal lang. Oder da lang. Da. Hm. Ich glaube wir gehen bei Tag los. Oder? Ich glaube wir gehen bei Tag los. Hier oben sind sogar noch Eier drin. Kannst mal gucken. Das heißt, ich kann unter Umständen eine Hühnerfarm wieder aufzüchten. So. Dann gehen wir jetzt erstmal Heier machen. Nein, nicht hier in der Schmiede. In der Schmiede schlafen wir nicht. So, in dem kleinen Stadthäuschen hier. Welches noch eingerichtet. Ah, da unten muss ich noch. Ich sehe es gerade die. Ich sehe es gerade die Schilder noch hin machen. Für eben unsere verblüchenen Schafe und was. Ah ja, hier muss auch noch wieder ein bisschen was in die Wand. Schön. Hier müssen wir natürlich auch noch weitermachen. Wir haben ja zum Glück Sand geholt. Da können wir später hier nochmal auch wieder was dran machen. Ah ne, ich wollte in die Richtung. Blöd. Damit wir uns mal so zu jeder Richtung ein bisschen ausweiten noch. Wir waren ja im Dschungel und so. Sind wir ja schon alles drin. Alles easy. Gehen wir mal einfach da in Richtung wo. Wir haben doch hier irgendwo so eine Schlucht. War das nicht so? Ich vergesse mal alles. Aber ist jetzt auch schon mal wieder ein paar Tage her. seit ich hier aufgenommen habe. Und seitdem habe ich eigentlich das meiste, was ich hier mit Minecraft gemacht habe, war am Textschöpfeck zu arbeiten. Texturen drauf zu knallen und hast du nicht gesehen. Und mir das so zurecht zu arbeiten, dass es mir gefällt. Wie, 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 wie mir gefällt. So. Ne Kuh. Kannst du mal gucken. So, was haben wir denn als nächstes hier? So, jetzt schalte ich gleich auch nochmal die Monster an. Aber auch erst gleich. Ich will hier erstmal noch Licht haben. So. Und da noch. Und da noch. Und da noch. Okay, das geht ein bisschen weiter als ich gedacht habe. So, aber hier ist Ende. Und dann nehme ich einmal das hier hin. So, so, so. So, nehmen wir ein bisschen hier was von der Decke ab. Und, äh, dadurch, dass es ja ein toter Gang ist, im Endeffekt, da oben ist ja nichts mehr. Archangels Methode für zum Zurechtfinden. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Ding. So. Und jetzt machen wir eben die Monster an. Optionen. Peaceful. Easy. Machen wir auf easy, easy reicht, ne? Hauptsache so ein paar Monster. Das ist schon gut dann. Nehmen wir hier ein bisschen was mit. Kohle brauchen wir halt, wir brauchen Eisen, eigentlich brauchen wir bis auf Redstone brauchen wir alles weil ich hab selbst mit dem Lapis Lasuli hab ich später noch was vor, der mir wurde ja letztens in die Kommentare geschrieben ich soll sowas wie ein Swimmingpool machen was ich sehr interessant finde und also überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen und da kann man sich bestimmt was mit ausdenken das irgendwie umzusetzen ich mein wir haben ja ein großes Wasser, eine große Wasserquelle im Endeffekt vor der Haustür Eisen, gut Ende naja und ich wollte sowieso später sowas wie ja weiß ich nicht, vielleicht wie nenne ich das, ein Unterwasserlabor oder sowas machen wo man halt echt ins Wasser rein muss, das heißt ein Stück tiefer durch den Boden und dann ins Meer so rein und ja dann ist man in so einer Art atlantischen Wasserkuppel drin sowas in der Art da oben ist Eisen das holen wir uns auch noch eben mit hab ich grad an der Decke entdeckt an der Decke entdeckt und dann komm ich da ran ne komm ich da natürlich nicht warum denn auch wär zu einfach äh also hopps hopps so jetzt geht aber jo immer mal ein bisschen aufpassen und hören dass hier nicht irgendwo die Explosionskrüppel anrücken äh anrücken und uns den hintern weg sprengen so bis wohin wollen wir denn gehen ich weiß noch genau hier waren wir da ist da hinten da kommen wir auch noch raus ja aber das ist gerade nicht unser Ziel oder ist das gerade unser Ziel ich weiß es gar nicht da ist auch noch Eisen aber nur ein Block hab ich gerade gesehen nehmen wir dieses Eisen jetzt mal mit ja alles was wir jetzt so finden wo wir dran vorbeikommen nehmen wir gerade auch direkt mit ich weiß gar nicht mehr wann ich hier gewesen bin ist auch schon eine Weile ja oder hier ist zu also wird hier nichts mehr gewesen sein oder ein toter Gang viele Optionen lasse ich mir da ja selber nicht ah und hier ist noch dunkel das heißt hier war ich noch nicht das scheint so ein Rundlauf zu sein oder jo dann machen wir eine Seite zu dann müssen wir uns da auch gar nicht mehr fragen was ist denn da dim 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 hab ich noch ne ich brauche also gleich auch nochmal ein bisschen mehr cobblestone so nehmen wir hier was von der Decke ab ne Fackel stelle ich hier aber trotzdem rein weil ich nicht möchte dass hier die ganze Zeit hinter mir die Zombies spawnen in den Räumen und dann nicht immer irgendwie bö 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 hö höre und ich weiß wo es herkommt so Moment das nehmen wir auch noch mit und setzen das direkt hier in die Wand ein dann passt das schon jo und dann geht es da hinten weiter das ist gut haben wir auf jeden Fall eine kleine Entdeckungstour auch mal wieder hier mit dabei nur zweimal Eisen geht auch besser aber hey ja wie gesagt ne ich hab ja den guten Daniele Rizzo jetzt in den letzten Tagen ein bisschen viel verfolgt und so zu Fuß ne Quatsch nicht zu Fuß ähm aber was heißt aber und das hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht seine Videos zu gucken guck da auf jeden Fall nochmal rein und ansonsten hatte ich noch gerade eben noch ein anderes Thema über das ich jetzt eigentlich quatschen wollte aber vor lauter Quatschen habe ich es natürlich wieder mal vergessen ich sollte mir echt Notizen machen wieder mal hab ich ja damals öfters mal gemacht aber dann irgendwie auch öfters mal wieder vergessen ja jo ach liegt eigentlich auf der Hand die Sache mit dem scheiß Google Plus ne das jetzt ich mein YouTube und so ne und Google sind ja irgendwo äh ist ja eine Firma ne also die haben sich ja irgendwie gegenseitig aufgekauft bla bla vor ein paar Jahren ne ich glaube ich sollte ja nicht drauf stehen wenn ich nicht weiß ob da unten drunter Boden ist ähm die haben sich halt wie gesagt gegenseitig aufgekauft und von daher ist es ja klar dass man irgendwie probiert so das eine mit dem anderen dann auch irgendwann zu verbinden damit die Leute möglichst beides nutzen so wenn ich jetzt aber ein Produkt habe was gut läuft oder gut funktioniert und es dann mit einer anderen Sache probiere zu kombinieren welche einfach mal fehlerhaft ist dann kann man sich davon äh nicht frei machen dass dann sich die Leute ein bisschen auf lehnen werden oder rebellieren oder dass zumindest ihren Frust oder ihre Missgunst damit äh zu Kunst geben werden ja und das war ja jetzt vor kurzem diese Sache mit dem komigen Panzer der dann überall hin gespampt worden ist ja da gab es ja dieses komige ja vielleicht hat den ein oder andere schon gesehen in den nicht bei mir in den Kommentaren zum Glück dafür ist mein Channel zu klein so ein ja wie nennt sich das wenn man so mit Schriftzeichen und sowas alles mit so einer Schriftart halt im Endeffekt Bilder erstellt ja dann äh gab es ja diesen Panzer irgendwas bla bla der gegen Google Plus war so und dann das was die Leute dann aber irgendwie falsch gemacht haben nicht ganz verstanden haben die haben den bei vielen Leuten in die Kommentare geballert in auf vielen Channels wo die Leute selber ja gar nichts mit Google Plus zu tun haben ne klar frustriert das einen selber auch also ich selber ähm wenn ich zum Beispiel letztens jetzt eure Kommentare beantworten wollte auf verschiedenen meiner Videos ja zum Beispiel das eine mal bei League of Legends oder hier auch ne dann steht da halt immer erstmal gepostet von PZR Angel so und dann steht da steht da halt euer Kommentar also das heißt ich hab schon einen Kommentar abgegeben bevor ich einen Kommentar abgegeben habe und dann aufgrund des Google Plus Geschisse war dann irgendwas gewesen dass ich eure Kommentare nicht mehr anständig beantworten konnte sondern dass es dann unbedingt dass man mich zwingen wollte auch im Endeffekt ja über Google Plus das Ganze dann zu beantworten wo ich aber echt keinen Bock drauf hatte und dann musste ich mir ja das konnte ich das nicht mal mehr über einen Posteingang machen von YouTube selber sondern dann musste ich auf mein eigenes Video klicken so mir das im Endeffekt angucken ja voll incest mäßig und dann erst konnte ich die Sachen kommentieren wie ein ganz normaler Nutzer und das fand ich echt ein bisschen aber weiß ich nicht finde ich arm was sie sich da mit ihrem Google Plus ausgedacht haben muss ich ganz ehrlich sagen weil den Leuten das so schmackhaft machen zu wollen dass du echt gezwungen bist das zu benutzen entschuldige dass es jetzt so dunkel war so gehen wir mal hier noch ein Stück weiter uh Skelett kommt das Skelett hier hin dann schubst du das in die Klippe runter ne Aua komm noch ein Stück näher komm noch ein Stück näher äh ey schubst du mich ja nicht hier runter du Assi komm mal her so ich verprügel dich hier um die Ecke haha und du lässt mir sogar noch einen Bogen da cool und Pfeile der gute Super Mario Land 3D oh das ja weiß ich nicht ich mein Google Plus ist sowieso so eine Geschichte ne also dieses super aufgedrückte da da ich hab auch mich ganz im Ernst mit Absicht damit nicht auseinandergesetzt was ich da jetzt wie was machen muss ohne ich grüße von hier aus aber mal die Minako die bei den League of Legends Videos immer zuguckt also ich weiß nicht ob die vielleicht ab und an auch doch mal äh bei Minecraft reinschaut ich glaub eher nicht weil die glaube ich auch mal gesagt hatte dass sie überwiegend nur League of Legends guckt aber ähm die hatte halt dann auch äh man kann ja dann irgendwie so Kreise erstellen ne also so von wegen so ne Art Freundschaftskreise aufmachen oder sowas ist das dann weiß ich nicht genau wie warum und komm ich nicht hinter aber naja hab ich dann mal auch probiert irgendwie Leute mit in meine Kreise da zu nehmen oder wenn mich da dann Leute in ihre Kreise aufgenommen haben mich das akzeptiert oder wie man da jetzt ging ich weiß echt nicht was ich mit Google Plus anfangen soll ich bin was Google Plus betrifft echt so ein Behinderter ja ich meine jetzt abgesehen von meinem normalen Behinderten sein weißt du so äh Spöcki aber kann ich irgendwie bah weiß ich nicht ist mir auch zu doof programmiert ganz im Ernst ne also echt dass man ein bestehendes Prinzip wieder mal genommen hat und das einfach verkompliziert indem man da einen Scheißdreck draus macht fand ich find ich und werde ich weiterhin finden super scheiße und äh auch auf dieses Video dieses Änderungsankündigungsvideo von YouTube selber wo halt dann erklärt worden ist welche äh wie das mit Google Plus dann zusammengelegt wird und welche Änderungen das dann beinhaltet und so ne die haben ja ähm über 50.000 Minusbewertungen dafür bekommen ja wenn es nicht mittlerweile sogar mehr sind und äh hoffe ich also ich hoffe wirklich dass die da jetzt einlenken werden und da jetzt a la Telekom a la ja wobei Telekom hat nicht wirklich eingelennt die wurden gezwungen ähm a la Xbox kann man eher sagen dann sich dann nochmal ein bisschen darauf besinnen äh was die Kunden wollen ja oder die User ja wobei wenn du Google Plus benutzt bist du irgendwo auch Kunde ne oder wenn du generell Google benutzt bist du ja ein Google Kunde ne ob du jetzt willst oder nicht du siehst die Werbung die da drauf ist du benutzt das Teil halt zum Suchen ja und wenn du ein Benutzer bist dann bist du irgendwo auch der Kunde ja ich weiß gar nicht wie will gar nicht auch wissen wobei doch will ich doch mal gerne wissen eigentlich wie viel anteilmäßig Google werbungsmäßig da dann Geld macht weil die kriegen ja wenn die wenn die jemanden weiterleiten soweit ich weiß ne also wenn ich kann jetzt auch ist jetzt auch nur Halbwissen aber ähm soweit ich weiß müsste das Prinzip halt so ablaufen äh dass wenn du bei Google irgendeine Sache suchst und äh dann auf eine Seite gehst halt dann kriegen die von den Werbern oder für das Verleiten darauf also dass die dann diesen Link halt ja weitergegeben haben ja dass die über dass du deinen Laden da über die Maschine im Endeffekt gefunden finden lassen hast dafür kriegen die dann mit Kohle ja und jetzt kannst du dir ja mal vorstellen wie viele warum ist das hier zu achso ähm jetzt kannst du dir einfach mal vorstellen wie viele Aufrufe tagtäglich über Google stattfinden wo irgendwelche Sachen gesucht werden und wenn du dir dann überlegst wie schnell Google dann da reich geworden ist oder die Erfinder davon wie schnell die Geld machen am Tag alleine schon na ich glaub dann kann einem unter Umständen auch mal schlecht werden ja allein jedes Handy oder was womit du ins Internet gehen kannst und dann da irgendwelche Sachen suchst da sind ja dann schon wieder die Google Browser mit drauf und sowas da unten ist noch Kohle hab ich da hinten noch irgendwas gesehen ich weiß es gar nicht mehr da unten ist Eisen dann bauen wir uns als nächstes mal runter und dann gehen wir mal auf den Boden suchen auf den Boden der Tatsachen siebauten siebauten siebauten